Servus zusammen. Heutiges Thema Siphons bei Supreme Leader Kylo Ren. Und zwar ist es, glaube ich, noch nicht für jedermann, denke ich, da draußen im Klaren, wie es überhaupt mit diesen Siphons funktioniert. Wir kennen ja ihn als Gegner, wir wissen auch anhand vieler Beschreibungen, auch gerade hier in diesem Kit, als auch in diversen Interviews von Capital Games und in diversen Videos, dass er doch eine extrem hohe Damage generieren kann. Und wie das natürlich funktioniert mit diesen Siphons, wann diese Siphons zu einem erhöhten Schaden generiert werden, das möchte ich heute in dem Video näher erläutern. Wer sich also für Supreme Leader Kylo Ren interessiert und wie man ihn denn auch als Gegner ein bisschen in Schach halten kann, hängt alles von dieser Siphon-Technik ab. Soweit, so gut. Wir wissen natürlich, dass er drei Attacken hat, diesen Basisangriff, der im Grunde genommen nur Buff-Immunität verteilt, zweimal angreift und zehn Siphons stackt. Ein Siphon ist ein Prozent eines Wertes. Soweit, so gut. Der zweite, die erste Spezialfähigkeit, sein zweiter Angriff in dem Fall, ist dieser Betäubungsangriff, der sehr mächtig ist und beim kritischen Treffer sogar 40 Siphons generiert. Nicht kritisch 20 Siphons. So, wenn wir also hier diese beiden Attacken hier ausführen, dann haben wir im Idealfall 50 Siphons gestackt, merken aber am Output, es ändert sich überhaupt nichts. Das möchte ich vielleicht ganz kurz demonstrieren. Und wie man das denn ändern kann, dass der Damage doch erhöht wird. So, dazu gehe ich einmal kurz in den Raid rein, weil dort einfach Grievous als Gegner einfach viel, viel mehr aushält, um da einfach ein bisschen was genauer dazu zu sagen. So, ich gehe mal nur mit Supreme Leader Color Run rein. Ziehe nachher auch natürlich zurück. Es geht jetzt eigentlich nur darum, meine Erläuterung, die ich gerade euch erzählt habe, nochmal zu untermauern. So, wir machen jetzt noch einen ganz normalen Basisangriff. Das waren jetzt zwei Angriffe zu je 52.000 und 51.000. Wir können es auch mal verlangsamen. War sogar weniger. Was wir hier jetzt zum Beispiel schon gemerkt haben, war, dass wir beim ersten Angriff 51.000 und 52.000 Damage gemacht haben, haben zehn Siphons bekommen, haben ein zweites Mal mit dem Basis angegriffen und haben sogar noch weniger Schaden gemacht. Jetzt haben wir 20 Siphons drauf, greifen nochmal den Basisangriff an und der Schaden hat sich immer noch nicht erhöht. Wir können es auch noch das vierte Mal machen. Der Schaden bleibt im Grunde genommen immer gleich, obwohl wir hier 40 Siphons haben. 40 Siphons würde ja 40 Prozent bedeuten. Und trotzdem hat sich an dem Schaden nichts getan. So, wir können das noch ein bisschen weiter treiben und zum Beispiel auf 80 hochgehen. Jetzt haben wir 80 Siphons. Ändert sich jetzt irgendwas an unserem Basisschaden? Gucken wir mal, wir erinnern uns, es war immer so um 50.000 herum. Es ist immer noch nur 52.000 und 49.000. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Immer noch. Obwohl wir mittlerweile 100 Siphons haben. Der Grund ist einfach, wir brauchen den AOE-Schaden, den Furious Onslaught, diesen wilden Ansturm, den brauchen wir, um unsere gesammelten Siphons in unsere Meisterschaftswertung hoch zu transferieren sozusagen. Ihr müsst euch das so vorstellen, diese Siphons, ich weiß überhaupt nicht, warum das Siphons heißt, warum das nicht irgendwie übersetzt wurde. Für mich ist Siphon eigentlich eine Art Hebel. Und dieser Hebel wird erst dann umgelegt, wenn wir den AOE-Schaden machen. Das heißt, ihr könnt hier stacken bis zum geht nicht mehr. Bis 1000 darstellt, meinetwegen. Wenn ihr nie den AOE-Schaden macht, werdet ihr von diesen Siphons nichts haben. Das heißt, im Grunde genommen muss man Siphons sammeln, AOE-Schaden machen, wieder sammeln, wieder AOE-Schaden machen. Und dadurch erhöht sich die Meisterschaft von Kylo Ren. Wir machen das jetzt einfach mal und stacken die 100 Siphons in die Meisterschaft. So, und jetzt achtet mal auf den Basisangriff, wenn wir den jetzt durchführen. Jetzt dürften es weit mehr sein als 52.000. Jetzt sind wir schon bei 72.000. So, wir werden jetzt mal kurz einen rausnehmen. Wenn es kritisch sind, sind es 40 mehr, haben wir 150. Das machen wir noch mal in der AOE. Stacken also die erneut zugewonnenen 50 Siphons wieder in die Meisterschaft und werden jetzt noch mal einen Basisangriff durchführen, um wieder denselben Vergleich zu haben. Und sind jetzt nicht mehr bei 72.000, sondern mittlerweile bei über 80. Wir stacken das jetzt auf 200. machen den AOE und schmeißen diese 200 Siphons wieder in unsere Meisterschaft und dürften jetzt bei über 120.000 Schaden sind. So, man merkt schon, dieser Basisangriff, der schön Buff-Immunität verteilt und auch dieser erste Spezialangriff, der betäubt, ist alles schön und gut, ist auch dazu da, um zu stacken. Aber wir brauchen den AOE, um den Schaden zu erhöhen, damit diese Siphons in der Meisterschaft landen. Und dann erhöht sich auch extrem der Damage-Output. Und das darf man nicht vergessen. Also wenn man den Kylo Ren im Siph-Rate spielt, muss man immer darauf achten, den AOE so oft als möglich zu machen, weil sonst bringen einem die ganzen Siphons nichts, wenn man sie nicht hochstackt. So, jetzt gehen wir mal kurz raus wieder und gehen nochmal ganz kurz hier rein zu seinem Kit und schauen uns hier dieses Meisterschaftssiphon an. Ich finde es unglücklich formuliert insgesamt. Es ist nicht einleuchtend, dass diese Siphons in die Meisterschaft transferiert werden, wenn man denn den AOE macht. Steht für mich auch nicht so direkt hier drinnen. Aber, wenn wir uns erinnern, was ist die Meisterschaft? Hier ist die Meisterschaft von Supreme Leader Kylo Ren. Erhöht kritische Trefferschance, kritischer Schaden und die normale physische Schaden. Das heißt, hier steckt seine ganze Stärke darin eigentlich, dass er sich durch den anfänglichen Basisangriff und durch diesen Betäubungsangriff die Siphons ansammelt und durch den AOE einfach in die Meisterschaft transferiert wird. So, im Grunde genommen war es das eigentlich schon. Man muss einfach nur wissen, deswegen ist ja auch Kylo Ren in der Arena auch so gefährlich und ein Ray-Killer, weil je länger der Kampf geht, je mehr Siphons hat er in die Meisterschaft gestackt und desto gefährlicher wird er auch für Ray. Und darüber mosern eigentlich auch die Supreme Leader Kylo Ren-Spiele aktuell, weil er den AOE nicht durchführt, wenn Fives im Team ist. Das ist natürlich gerade ein Bug. Capital Games wird auch was dagegen tun, weil wir Supreme Leader Kylo Ren mit seinen ganzen Siphon-Techniken nicht verwenden können, vollumfänglich, auch die KI nicht, wenn ihr AOE blockiert ist. Das bringt uns überhaupt nichts. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass Capital Games da so fair ist und die KI wieder ganz normal spielen lässt und nicht hier immer den AOE unterbindet, sobald Fives drin ist. Da müssen sie irgendwas machen. So, ich hoffe natürlich, ich habe es einigermaßen schlüssig erklärt und es ist klar, nochmal kurz zusammengefasst, Siphons stacken mit dem Basiseingriff und mit der ersten Spezialattacke und den AOE danach durchführen, damit die Siphons auch in die Meisterschaft transferiert werden und dann erhöht sich auch, wenn man das nach und nach nacheinander macht, immer weiter der Schaden. Gut, das war es von mir. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es geholfen. Wir hören uns.